Natürlich wird auch viel diskutiert, wie sich textgenerierende Tools zu guter wissenschaftlicher Praxis verhalten. Manche betrachten ungekennzeichnete Übernahmen maschinell erstellter Texte als Plagiate. Gelegentlich liegt dem dann die Annahme zugrunde, KI-Tools würden bestehende Texte reproduzieren und eine klassische Plagiat-Detektionssoftware könnte solche textuellen Übereinstimmungen auch nachweisen. Da KI-Tools jedoch ad hoc neue Texte generieren, also Unikate, handelt es sich in diesem Sinne nicht um Plagiate. Auch aus urheberrechtlicher Perspektive sind solche ungekennzeichneten Übernahmen KI-generierter Texte keine Plagiate, weil eine KI kein Urheber im juristischen Sinne sein kann. Ein Rechtsgutachten, das von der Ruhr-Universität Bochum in Auftrag gegeben wurde, hat hier Klarheit geschaffen. Dennoch könnte natürlich die ungekennzeichnete Übernahme maschineller stellter Texte als Verstoß gegen gute wissenschaftliche Praxis betrachtet werden, weil Texte dabei eben nicht eigenständig verfasst werden und als Hilfsmittel die KI nicht offengelegt wird. Wenn Sie die Nutzung textgenerierender Tools erlauben, kann eine Kennzeichnungspflicht Transparenz über Art und Ausmaß dieser Nutzung schaffen. Eine naheliegende Lösung dafür ist die Kennzeichnung nach dem bereits etablierten Modell der Zitation von Forschungsliteratur. Alternativ könnten Sie aber auch ein Verzeichnis verwendeter Hilfsmittel einfordern, in dem die verwendeten Tools samt einer Beschreibung der Art und Weise oder des Umfangs der Nutzung aufgeführt sind. So oder so wirft auch die Kennzeichnung weitere Fragen auf, weil sie eben nicht überprüfbar ist. Welche Schlüsse ziehen Sie denn beispielsweise daraus, wenn bei einer sehr guten Arbeit weite Teile als KI generiert ausgewiesen werden? Deuten Sie das als Zeichen ausgeprägter digitaler Schlüsselkompetenzen oder als Zeichen mangelnder Eigenständigkeit? Und wie beurteilen Sie die Eigenleistung im Promptdesign? Werden beispielsweise eigene bereits gute Entwürfe lediglich durch ein KI-Tool überarbeitet oder übersetzt? Ist der Text zwar KI generiert, aber doch weitgehend eigenständig erarbeitet. Besprechen Sie deshalb unbedingt Ihre Haltung dazu mit Ihren Studierenden.